Oh, ist das ein Botlobby. Let's go in Tilted Towers rein. Da, ich hab das, ich seh das schon, wenn der seine Spitzhacke in der Hand hat. Ich seh das schon, dass das irgendwie ein Spieler ist, der nicht der Beste ist. Oh, bitte. Oh, mein Gott. Bro, was denn da? Fuck. Fuck. Genau so, genau so, wirklich okay. Oh mein Gott, Bro. Well that's the point, das muss man besser machen. Das war gut. Ja, jetzt hab ich aber schon wieder actionieren. Ich kann mal in Ruhe vielleicht mal mich hochheelen, bevor es jetzt gleich hier sofort weitergeht mit actiongeladenen Fortnite-Runden. Einen Moment mal bitte, also oben war noch ein Piggy, klar, den haben wir auch dementsprechend jetzt wahrscheinlich schon genommen. Ja cool, wenn ich da rüber gehen könnte. Eigentlich echt cool, wenn ich hinkomme. Das ist immer ganz egal, wenn jeder Schuss sitzt, so hat schon Bock, aber... Oh mein Gott, ist das kacke! Wo muss man denn fucking Schrotflinte in die nachgeladen? Mich verarschen? Wo ist er hin? Irgendwas zum Healen hier. Okay, er kommt wieder, er kommt wieder, er kommt wieder. Er kommt wieder, er kommt wieder, er kommt wieder. Wir töten ihn jetzt. Ich weiß nicht, ob ich das Ding so gut finde, muss ich ganz ehrlich gestehen, diese Waffe. Weiß ich noch nicht so genau. Wo sind eigentlich die... Da sind sie, die Verbände. Brauchten wir nämlich auch mal. So ein paar Bandos, dann lass uns das doch so machen und dann lass uns das doch so machen. So eine super Alternative hier. Ja, wir brauchen echt paar Kills, Bro. Mist, der Bombastick. Hilfe. Team eliminiert. Komische Szene, aber hat geklappt. Alles was wir wollten. Ich muss aber gestehen, die nehmen wir nicht nochmal mit. Die nehmen wir nicht nochmal mit. Gehst du? Da brauchen wir nicht, oder? Was wir brauchen sind Kills. Gegner, Kills. Da. Haben wir... Tötet tatsächlich sogar. Ist runtergefallen. So. Das war manchmal so schwer. Den Kills zu bekommen. Lama. Frage ist nun, wo befinden sich weitere Gegner? Da ist doch schon wieder einer. Da ist doch schon wieder einer. Oh, Bro. Wurde grad sagen, ey. Wie viele Schüsse waren da eigentlich drauf? Das hat sich noch mehr angefühlt, als... Am Ende des Tages durchgehen. Oh, mein Gott. Bro. Wo ist er hin? Das ist nicht dein Ernst. Das ist nicht dein Ernst. Ich brauche ein paar Bandos oder sowas. Ich brauche Verbände oder irgendwas. Nochmal ein 40er Hit. Zeig dich nochmal. Zeig dich nochmal. Das Ding ist, ich will nicht down gehen. Ich brauche unbedingt ein paar Verbände. Na, bockt aber. Du hast ja Luft und ein bisschen Laser und so. Macht schon Spaß. So. Wollen wir mal ein paar Bandos oder so. Brauche ich echt dringend. Brauche ich wirklich dringend. Ja, kommt schon wieder. Wollen wir jetzt ein fünfmal gefüllt in der Luft, glaube ich. Richtig. Wollen wir jetzt ein fünfmal gefüllt in der Luft? Sehr gerne, ne? Sehr gerne. Und man mitgeht. Na, sehr gerne. Da sind sie hier. Holy. Ich würde ihn ja jetzt gerne in der Luft holen. Eigentlich immer Freakill in der Luft. Das war ich selber, ne? Idiot. Bei den Irgendwo habe ich meine Dings liegen lassen. Ight. Okay. Ja, das ist ein sehr cooles Spiel. Das ist ein wirklich weirdes Spiel. T-Mate ist übrigens auch schon wieder down, wo auch immer der rumlungert und was auch immer der macht. Weiß ich es nicht. Sechs Southpacks. Nehmen wir mit, oder was? Ich habe immer meine blaue Pamp liegen lassen, ärgerlicherweise. Das ist wirklich ein bisschen doof, weil ich diese schwere Schrotplinte, die Heavy, schon gar nicht so mag. Da kann ich noch mal eine rummieren im Haus. Da kann ich so mit Vorsicht genießen, ja? Ich sehe hier halt auch nichts, ne? 22er fucking Hit erzielt, diese Schrotplinte. Ein 30er Hit! Noch mal 22er! Er wollte mich verarschen, oder? Bro! Man, das ist unnötig. Das letzte 2er Team da unten. Die ganze Runde entildet verbracht. Kommt da wieder. Team-End kommt wieder. Hinterm Baum. Das Ding ist, der Team-End lässt sich jetzt wieder töten. Genau das meine ich nämlich. Das Team-End lässt sich wieder töten. Jetzt wird es eine spannende Geschichte. Wo ist der andere? Das sind zwei Teams, genau. Das ist ein Duo. Da hinten ist einer. Wir gehen ja jetzt hin, wir töten den einen, dann töten wir den anderen. Dann sind wir ganz einfach. Okay. Okay. Ich bin nur noch nicht. Sollte eine machbare Aufgabe sein, hm? Digga, was ist denn mit ihm los? Also erst wollte ich es zu hoch, um dann unten so Quatsch zu machen, einfach zu so einem Teammate zu gehen, um den Loot zu holen, das war nicht gut. Trotzdem, danke fürs Zusehen, war ne tolle Runde.